Seit 2000 gehört der elektronische Programminformationsdienst SiefernInfo zu den beliebtesten Technisat-Mehrwertdiensten. Er ist in allen aktuellen Empfangsgeräten von Technisat integriert und in ganz Deutschland empfangbar, via DigitalSat, DVBT und digitales Kabel. Mit der Überarbeitung und vollständigen Optimierung der Benutzeroberfläche für seine neuen Digitalfernseher der Multivision-Serie und kommender Gerätegenerationen, wie zum Beispiel der Easy-Receiver, hat Technisat auch SiefernInfo noch intuitiver und praktischer gemacht. SiefernInfo stellt das laufende Programm von über 70 Sendern mit einer Vorschau von bis zu sieben Tagen dar. Geräte mit integrierter Festplatte bieten über SiefernInfo via Satellit sogar Bilder ausgewählter Programme. SiefernInfo ist einfach bedienbar und mit täglich aktualisierten Programmdaten und zahlreichen praktischen Zusatzfunktionen wie der Ein-Tasten-Timer-Programmierung, Genre-Filterung, dem Serientimer und integrierter Volltextsuche praktischer als jede Fernsehzeitung und das dauerhaft kostenlos. Mit der neuen Fernbedienung kann man alle Funktionen kinderleicht steuern. Mit dem elektronischen Programminformationsdienst wissen Sie immer, was läuft und können sich in verschiedenen Ansichten über das Wochenprogramm Ihrer Sender informieren. Über die Genreansicht kann man sich beispielsweise Programmdaten nach vordefinierten Genres wie zum Beispiel Dokumentation, Nachrichten und Spielfilm anzeigen lassen. Wer nur schnell wissen möchte, welche Sendung er gerade sieht, bekommt mit einem Druck auf die Infotaste ein Informationsfenster mit den wichtigsten Eckdaten zur laufenden Sendung angezeigt. Ein weiterer Druck auf die Infotaste führt zur Programmbeschreibung des aktuellen Beitrags. Einen Überblick aller laufenden Programme erhalten Sie, wenn Sie im laufenden Programm die SFI-Taste drücken. Balkenanzeigen neben dem Programmtitel zeigen, wie weit die Sendungen bereits fortgeschritten sind. Mit dem Navigationskreuz können Sie schnell einen Blick auf nachfolgende Sendungen werfen. Die weiße Balkenanzeige mit den Wochentagen gibt dabei stets Orientierung, welchen Zeitpunkt man gerade angesteuert hat. Über die Infotaste erhalten Sie neben Sendezeit und Titel einer ausgewählten Sendung eine ausführliche Programmbeschreibung. Auch Ausstrahlungshinweise zu Format, Sprachen und Untertiteln sind in den detaillierten, redaktionell gepflegten Informationen enthalten. Drücken Sie im Überblick die grüne Multifunktionstaste, gelangen Sie zur Programmansicht. Hier hat man das Wochenprogramm aller gezeigten Sender sofort im Blick. In der linken Spalte wählt man mit den Tasten auf dem Navigationskreuz den gewünschten Sender aus. Nun kann man das Wochenprogramm des Senders in der rechten Spalte erkunden. Die Zahlen-Tasten 1 bis 7 oder die Seitenvorlauftasten führen dabei schnell zum Programm der folgenden Tage. Mit den Pfeiltasten auf dem Navigationskreuz lassen sich dann einzelne Sendungen auswählen und deren Beschreibung mit der Info-Taste aufrufen. Mit Siefern-Info wird das Aufzeichnen leicht gemacht. Mit der roten Aufnahmetaste können Sie aus jeder Ansicht der Siefern-Info Aufzeichnungen programmieren. Ein erneuter Druck auf die Aufnahmetaste und der gesetzte Timer wird entfernt. Siefern-Info zeigt programmierte Sendungen fortan in rot mit einem DVR-Logo gekennzeichnet an und gibt bei Überlagerungen mit bestehenden Aufzeichnungstimern eine Warnung aus. Dank der nützlichen Suchfunktion kann man eine Sendung oder ein Stichwort im gesamten vorliegenden Programmdatenbestand finden. Mit der neuen Serientimer-Funktion kann man schnell erfahren, auf welchen Sendern die eigene Lieblingsserie läuft und einfach alle Folgen regelmäßig zur Aufzeichnung programmieren. Ein echtes Highlight für Serienfans. Über die Optionstaste gelangt man aus allen Ansichten schnell zur Timer-Übersicht. Hier können alle gesetzten Timer noch einmal in einer Liste eingesehen werden. Siefern-Info, Ihr kostenloser elektronischer Programminformationsdienst, bietet zahlreiche Vorteile. Über Digitalsat, DVB-T und digitales Kabel ist er in ganz Deutschland nutzbar. Informationen zu rund 70 Sendern, bis zu 7 Tage Programmvorschau, Genrefilterung und Volltextsuche, integrierte Timer-Programmierung und dies dauerhaft kostenlos. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.